So, nun aber. Lukas und ich sind die Auserwählten. Wir dürfen heute den THW Youngster küren. Worum es geht, erzählen wir euch so auf den Weg dahin. Wohin geht es, Lukas? Es wird eine lange Fahrt, aber wir sind gut vorbereitet, haben alles dabei. Den Pokal für den ersten THW Youngster und natürlich auch den Handball. Lasst euch überraschen. Lieber Philipp, überraschung, wir sind auf dem Weg zu dir nach Breslau und wie du sehen kannst, wir befinden uns gerade auf einer Reisenmesse in Berlin und wir möchten dir hier noch zu deinem Titel THW Youngster ein paar Glückwünsche auf Polnisch überbringen. Cześć Philipp, sehrdeczne Gratulacje od całego zespołu Spasslavia. Gratulujemy ci bardzo sehrdecznie i życzymy dalszych sukcesów. Trzymaj się ciepło. Hi, Philipp. THW Youngster! Hi! Was für dich? Was für dich? Philipp, THW Youngster, der Erste. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Der Pokal gehört dir jetzt. Hast du damit gerechnet und wie cool ist das für dich? Das war für mich eine große Überraschung. Ich bin ein ganz schönes Glückwunsch. Ich bin sehr froh, dass es mir das geschafft hat. Ich möchte mich bedanken, dass es Star ist, der gesamte Team THW und der Sportgruppe Handball Camps, für die Trener-Junior-Junior-Junior-Junior-Junior. Ich möchte auch alle, die mir gegründet hat, die mir gegründet hat, die ganze Klasse, der Schule, der Familie und vor allem die Eltern.